Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Mit Regola Stempfli und vor allem mir gegenüber Isabel Rohner. Hallo Isabel Rohner. Hi Regola Stempfli, ich freue mich sehr, dass wir heute über meinen neuen Roman sprechen und ich staune über die Wahl deines Einstiegszitates, womit ich echt nie gerechnet hätte. Aber gut, von einer Katzenliebhaberin zur nächsten. Absolut, absolut. Also für alle Leserinnen. Ich hoffe, du vergibst mir diese Auswahl dieses doch oberflächlichen Zitats in einem Krimi, in einem Roman, der voller Klugheit, Intelligenz, Wortwitz, Sprachbildern und so sanften Hinweisen auf Geschichte und Literatur ist. Wie beispielsweise Robert Dudley, Earl of Leicester. Wer weiß schon, wer das ist? Nein, Robert Dudley, Earl of Leicester war der Liebhaber von Elisabeth I. Der Favorit von Elisabeth I. Ehrlich gesagt, ich starte hier direkt mit einem Outing. Ich wollte als Mädchen, habe ich mir sehr eine Katze gewünscht und ich hätte sie Robert Dudley, Earl of Leicester genannt. Genannt Büsseli natürlich, weil alle Katzen in der Ostschweiz heissen Büsseli und man ruft dann halt Büsseli und nicht Earl of Leicester. Aber da wollte ich das endlich einmal ausleben und einer Katze diesen Namen mitgeben. Grossartig. I am so proud of you and so jealous. Also Isabel Rohner hat es wieder getan. Wie ich begrüsse unsere Hörer und Hörerinnen eben zu Die Podcast, die liest Rohner. Regula Stempfel im Talk mit der Krimi-Autorin Isabel Rohner über den neuen Roman Kalte Sophie. Eben, sie hat es wieder getan. Die grosse Rohnerin präsentiert ihren fünften Band der genialen Reihe feministische Krimis. Es geht auch bei der Kalten Sophie um alles. Poesie, Wortwitz, Schalk, Frauen, Männer, Kunstbetrieb, Frauengeschichte, Weltstories, Kanon. Grossartig. Die Rohnerin schafft die besten Dialoge, ist wahnsinnig kluge Bildungsunterhaltung und extrem spannend. Also ich war schon ein bisschen ärgerlich. Ich musste diesen Krimi wirklich durchlesen, weil es so düster ist manchmal auch und so spannend. Also ich musste unbedingt wissen, wie das ausgeht. Isabel Rohner gelingt in diesem Krimi, wie auch in den vorhergehenden Kalte Sophie, die Genres Humor und düsterer Krimi so exzellent miteinander zu verknüpfen, dass ich Frau daraus eigentlich auch ein Lebensrezept schreiben möchte. Also ich muss sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin hellauf begeistert. Ihr denkt natürlich alle und sie denken natürlich alle, ach, die ist voreingenommen jetzt, ach, diese Podcastin. Jetzt rühmen sie sich wieder gegenseitig. Tun wir nicht. Sie kennen uns, ihr kennt uns, wir streiten uns, wir sind uns oft nicht gleicher Meinung oder verstehen einander nicht so, machen es mit sprechendem Denken. Aber also die Kalte Sophie unbedingt zu verkaufen. Es ist fantastisch. Also, arme Isabel Rohner, du hast dir bis jetzt nichts sagen können. Hätte ich aber auch nicht gekonnt. Also, ich war natürlich ziemlich aufgeregt, wie dir das Buch gefällt, weil ich von dir eine sehr, sehr hohe Meinung habe und mir natürlich deine Einschätzung auch etwas bedeutet. Ich hätte jetzt damit umgehen müssen, hättest du diesen Roman nicht so bewertet, wie du ihn bewertest. Und dass du es so machst, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also, wir haben uns ja auch diesmal vorher nicht ausgetauscht. Das macht mich ein bisschen sprachlos und aber überflutet mich gerade mit Glücksgefühlen. Also, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Das sollte ich auch, weil es bedeutet mir auch viel, wenn meine Co-Host, also die Co-Host, die Podcastin, wirklich, wirklich, wirklich tolle Bücher schreibt, weil das ist nämlich, das ist nämlich da nicht so einfach. Unter, also wenn wir gemeinsam ein Unternehmen haben, oder? Und es kann tatsächlich sein, dass gewisse Werke, und ich finde es auch, ich finde es auch wichtig für alle Frauen, das zu anerkennen, manchmal können Werke nicht so gut rauskommen, wie beabsichtigt, oder sie können nicht so, sie finden nicht die Resonanz bei der Unternehmensfreundin, wie man gedacht hat und so, das kann alles passieren. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Kalte Sophie ist wirklich grossartig. Aber ich wollte das noch erwähnen, das ist nämlich gar nicht, es ist gar nicht so einfach, die gemeinsamen Bücher, respektive die Podcastin, das Buch der jeweils anderen zu besprechen. Also von dem her finde ich das spannend. Und dennoch tun wir es immer wieder. Ja, also wir wagen ja etwas. Ich finde noch ein Zitat, eben einen Satz möchte ich nur noch erwähnen und dann bitte ich dich, bring uns doch mal die Stars deines neuen Krimis. Aber ich möchte den Satz, Seite 21, auch so wunderbar, Zitat. Naja, das Öffentlich-Rechtliche machte hier zur Abwechslung mal was für seine Zielgruppe. Die hatten sogar eine Moderatorin, die war über 60. Also, weisst du, so mit Witz, all die Studien, die wir auch in der Die Podcastin besprechen, ist einfach köstlich, oder? Ja, natürlich, also meine Geschichten, die ich erzähle, die basieren natürlich immer auf den Themen, die mich umtreiben und die mich beschäftigen und die mir begegnen. Und das ist eine ganze Latte. Also das Hauptthema in diesem Roman ist das Thema Hate Speech und Frauenhass. Und das sind natürlich Themen, die virulent sind und ernsthaft sind und uns jeden Tag begegnen. Und ich habe mich gefragt, wie schaffe ich es, mit diesem Thema umzugehen und auch gleichzeitig zu transportieren, dass das nichts Neues ist, sondern Frauen schon immer begegnet ist. Das zieht sich durch unsere Kulturgeschichte durch. Und wie schaffe ich es jetzt, das in einem tatsächlich unterhaltsamen Krimi zu transportieren, in der notwendigen Ernsthaftigkeit, aber gleichzeitig auch mit einem großen, großen Unterhaltungspotenzial und verbunden eben mit einer ganzen Reihe Themen, die daran hängen. Also beispielsweise, wie kommen Frauen vor im Fernsehen? Wie ist denn die Situation in Talkshows? Talkshows spielen eine sehr zentrale Rolle im Buch. Das werden Sie, werdet ihr gleich erfahren. Das Thema Incels kommt vor. Also das sind die involuntary celibate, die unfreiwilligen, enthaltsamen, in Anführungszeichen, also eine Männerbewegung, eine Bewegung von jungen Männern, die sich im Internet austauscht und eben auch sehr frauenverachtend austauscht. Es geht um Shitstorms. Es geht aber auch um die patriarchalen Netzwerke, Gepflogenheiten, Unterstützungsmechanismen in Wissenschaft und Kunst. Und eigentlich geht es auch um nichts weniger als darum, wo kommt eigentlich unser Wissen über unsere Geschichte und namhafte Männer der Geschichte her? Und was ist, wenn das alles gar nicht stimmt? Es ist echt, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz kluge, hohe Unterhaltung und Wissensvermehrung. Also auch, wie du das jetzt zusammengefasst hast, was alles dahinter steckt, ist echt der Hammer. Also wirklich, und das ist überhaupt nicht einfach. Also ich scheitere jeden Tag daran, irgendwie das Gewusel in meinem Kopf auf klare Formulierungen zu bringen und du machst, du machst seitenlange, sehr spannende, lustige Dialoge daraus. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Neidisch im Sinne von grosser Anerkennung. Wirklich toll. Aber sag mir mal, wie du, und du machst es eben auch über die Personata, also über den Plot, über die Stars in deinen jeweiligen Krimis. Und was ich sehr schätze, ist es immer, dass es eine Kontinuität auch an Personen gibt. Das ist gar, auch das ist nicht einfach, ist sehr wichtig. Das hält den Bogen der fünf Werke zusammen. Aber eben diese, deine Stars, nenn die uns mal, weil mit denen webst du ein Netz der Spannung und des Thrillers. Wer schon mal einen Roman von mir gelesen hat, kennt das, wenn man ihn aufschlägt, ist direkt auf der ersten Seite ein Starring. Das ist auch überschrieben mit Starring. Das rekurriert so auf die alten Krimis der 50er Jahre, wo immer die Personen, die auftreten, kurz zusammengefasst werden und wurden. Und ich fand das immer sehr charmant. Und darum mache ich das seit meinem ersten Buch, dass ich alle Personen, die vorkommen, kurz vorstelle. Und da steigen wir jetzt mal ein. Starring kalte Sophie. Lynn Kegel, eigenwillige Autorin, die nach ihrem letzten TV-Auftritt einen veritablen Shitstorm an der Backe hat. Sie verfügt über ein verhängnisvolles Talent, in kriminalistische Situationen zu geraten und braucht auch dieses Mal die tatkräftige Unterstützung von Bettina Heidenreich. Gerade arbeitslose Theaterregisseurin mit weit verzweigter Verwandtschaft. Sogar bis nach Osnabrück. Dorthin wollen Lynn und sie dem Shitstorm entfliehen und handeln dabei mal wieder nicht im Sinn von Joe Hartmann. Lins Verleger und als solcher in einem makellosen Ruf seine Autorin interessiert. Diesen sieht er durch aktuelle Presseberichte und Twittereien akut gefährdet. Blöderweise kann auch seine neue Mitarbeiterin diese nicht verhindern, nämlich Friederike Freddy Rasch. Social Media-Expertin des Verlags und stets bemüht, niemanden zu diskriminieren. Außer alte Frauen. Wie? Walburga Burgel Krull. Frisch zum dritten Mal verwitwete Neugaleristin. Mit der Wiederentdeckung der kalten Sophie des Malers Ferdinand Bramsche scheint ihr ein Kuhgeglück zu sein. Diese Meinung wird allerdings nicht geteilt von Rudolf Malinkroth, emeritierter Professor für Kunstgeschichte und Experte für das Werk von Ferdinand Bramsche. Die kalte Sophie hält er aus Prinzip für eine Fälschung und wird dabei unterstützt von Friedemann Klein. Assistent des Professors und sein treuer Begleiter. Im Gegensatz zu Malinkroth kennt er jedoch die Veröffentlichungen von Paula Zwiesel, Kunsthistorikerin ohne Professur, Expertin für Malerinnen der Neuzeit und Nachbarin von Heidrun Wrangel, eine alte Frau am Fenster. Sieht von dort alles. Also auch Florian Daugner, neuer Inhaber des Galeriegebäudes und damit seit kurzem Burgel Krulls Vermieter. Er nutzt jeden Vorteil, der sich ihm bietet, genau wie Gustav Graf. Vorsitzender des einflussreichen Galeristenverbandes und von der Chuzpe Burgel Krulls mehr als irritiert. Damit hält er nicht hinter dem Berg, auch nicht gegenüber Ulrike Kohlmeier. Sportbegeisterte Anfang-60erin mit einem Geheimnis, das erstaunlicherweise nichts mit Pilates zu tun hat. Natürlich bekannt mit Sedna Zimmermann. Immer perfekt organisierte Sekretärin von Dieter Kohlmeier. Offiziell auf Diät, inoffiziell jedoch sehr interessiert an den Häppchen von Navid Yildirim. Sollte sich bei der Galerieeröffnung eigentlich um das Wohl der Gäste kümmern und kein Auge werfen auf Maggie Venus Goligowski. Reporterin bei der Trash'n'Art. Sie weiß, wie man auf Twitter Shitstorms lostritt, um die prominenten Opfer dann im Namen des journalistischen Interesses zu verfolgen. So auch Lynn Kegel, die zwar nichts von Malerei versteht, dafür aber viel von falschen Spielen. Zudem spielen eine Rolle Svetlana, eine Maskenbildnerin, zwei Frauen in der Sauna und ein Mann vor der Dusche, Angela Merkel, Judi Dench und James Bond, der Kater, Robert Dudley, Earl of Leicester, Gästeiner Vernissage, hübsche Hostessen, männliche natürlich, Polizisten, ebenfalls männliche, ein präsenter Maler, eine vergessene Malerin, die Kunstgeschichte, große Egos, der Kanon und schon wieder viel zu viel Alkohol. Es ist wirklich fantastisch, a, wie du das jetzt gelesen hast und b, wie sich diese Archetypen, also wie sich diese Personata, also diese Personen wunderbar entfalten, konkret werden im Krimi sehr spannend interagieren, aber wie sich hinter diesen Personen auch Archetypen verstecken, das wollte ich eigentlich sagen. Zum Beispiel, also wenn ich dich fragen darf, eben ohne dass wir den Plot, ich möchte wirklich den Plot überhaupt nicht verraten, weil es ist wirklich, es ist wichtig bei einer Krimi, nicht das Ende zu verraten. Und es ist Agatha Christie pur, deshalb, ich finde das wirklich ganz wichtig, deshalb gehe ich gar nicht gross auf den Inhalt ein oder frage dich diese klassischen Fragen, wie viel hat dieser Roman mit Ihnen persönlich zu tun und sind Sie Linkegel oder nicht? Ich bin alle Figuren, doppelt und dreifach. Ich übrigens auch, als Leserin. Das Schöne an Büchern lesen ist ja, dieses intime Gespräch mit der Autorin, das ist, das finde ich immer wieder der Name bei guten Büchern. Du meinst, wenn du Geschichten erlebst und dann so denkst, du kannst auch ein bisschen in so die Gedanken. Nein, aber nein, wenn ich das Buch lese, also wenn ich eben dein Buch lese, die Katastrophie oder auch den Stuttgart Barre, noch wach, wenn ich, ich bin eine Leserin, die taucht. Ich bin so intensiv mit diesen Büchern beschäftigt, deshalb habe ich ja auch ein Elefantengedächtnis, punkto Bücher, also alle Bücher, die ich gelesen habe. Deshalb haben die Leute dann das Gefühl, ich weiss so viel, einfach weil ich so eintauche, gefühlsmässig in diese anderen Welten, die mir ganz neue Leben ermöglichen. Ich bin aber eben auch ein Teil dieser Figuren. Deshalb möchte ich auch die Archetypen dahinter oder die Gedanken dahinter. Gustav Graf beispielsweise, der Vorsitzende des einflussreichen Galeristenverbandes. Steht da ein Archetyp dahinter oder können wir das, was wir auch in dem Podcast besprechen? Also sagen wir es mal so, die Figuren in meinem Roman sind sehr, sehr wichtig und die Geschichten um jede einzelne dieser Figuren und jede Figur hat ihre Abgründe, jede Figur ist ambivalent, sind eigentlich das Herzstück meiner Geschichten, immer schon. Und Gustav Graf hat natürlich mehrere Funktionen. Also zum einen steht er für die Netzwerke, die in dieser Stadt beziehungsweise in diesem Kulturbetrieb herrschen und dominiert sind von Männern. Er ist der Vorsitzende eines Galeristenverbandes. Burgel Kroll, die Tante von oder eine entfernte Tante von Bettina Heidenreich, macht gerade eine Galerie auf. Und das sieht er natürlich nicht gerne. Die will das jetzt in seinem Bereich und will partout nicht Mitglied werden. Das ist auch so ein bisschen Running Gag, der sich durchzieht, dass er immer wieder sagt, na, wann wirst du denn Mitglied? Und natürlich ist es potenziell gefährlich, sich dem auch zu verweigern. Und eben, es passiert etwas in meinem Roman, was wir durchaus hier auch schon sagen können. Also Burgel Kroll eröffnet eine Galerie und zeigt eben da ein Gemälde, was 200 Jahre als verschollen galt. Niemand weiß, wie dieses Gemälde aussieht, dann wird es enthüllt. Und dann kommt ein großer Stromauswahl während der Wernissage und das Gemälde ist weg. Und alle hätten durchaus Gründe, unter anderem auch Gustav Graf, dafür verantwortlich zu sein. Und seine Gründe sind natürlich sein Netzwerk und eine potenzielle Bestrafung einer Frau, die sich eben nicht so verhält, wie er, wie ihm das so vorschwebt. Nichtsdestotrotz hat auch er so seine humoristischen Seiten. Also wir lernen ihn kennen in einer Sauna und lernen ihn kennen als sehr ehrgeizigen Saunisten, dessen Ehrgeiz jetzt in einer Sauna nicht, ja, nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Ja, das ist auch die Beobachtungsgabe von Isabelle Rohner. Also du hast ja sehr viele Personen, die im Krimi eine Rolle spielen. Das bewundere ich auch. Deine Beobachtungsgabe der Unterschiedlichkeit dieser Menschen. Du magst, du magst selbst die Charakteren, die, die eigentlich ziemlich unangenehm sind, aber die, 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 die feine Art. Also ich lasse mich auf alle ein. Ja, genau. Das ist mir, also ich, ich lasse mich auf alle ein und ich nehme auch alle Personen ernst in ihren, in ihren Logiken, in der Art und Weise, wie sie denken, in der Art und Weise, wie sie, wie sie ihr handeln, auch begründen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also mir geht es ja nicht darum, die Figuren, die ich selber erfinde, jetzt da irgendwie in die Pfanne zu hauen. Und trotzdem passiert das natürlich, ne, durch, aber dann eben durch die, die Leserinnen und Leser. Ja, aber das ist, also das ist ein, ein großer Flow. Das ist echt bewundernswürdig. Gibt es bei dir während dem Schreiben manchmal Charakteren, die sich selbstständig entwickeln? Ja, total. Absolut, absolut. Also mein Schreibprozess ist tatsächlich, also ich weiss, worüber ich schreiben will. Ich habe da auch, also die, die Geschichte diesmal ist, also finde ich wirklich sehr knifflig und bin ein bisschen stolz darauf. Ja, knifflig, ich finde auch, ja, sehr, sehr gelungen, sehr, 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 eben knifflig, verstrickt, interessant, überraschend in allen Ecken und Enden. Genau, genau, aber es geht super gut auf. Ja, genau. Und daran denke ich relativ lang rum, bevor ich mich dann wirklich hinsetze und schreibe. Aber mit welchen Personen ich diese Welt bevölkere, das steht erstmal nur sehr vage fest. Und dann gucke ich tatsächlich zu. Also mein Schreibprozess empfinde ich sehr visuell. Und ich habe eine Szene, ich weiß, was ich, was, was dabei rauskommen soll, so als, als übergeordnete Aussage. Quasi als Plot. Ja, beziehungsweise tatsächlich als Aussage. Also warum ich eine Szene schreibe. Und dann setze ich mich hin und gucke erstmal mir diese Szene an, dieses Bild an, diesen Film an. Und wenn es mir gefällt, dann schreibe ich das auf. Und wenn ich finde, nee, das gefällt mir nicht, dann sage ich, so, Frauen und Männer, alle nochmal auf Anfang, kommt nochmal her, trete nochmal auf. Also für mich ist das ein bisschen wie, wie eine Theaterinszenierung, wie eine Filminzenierung. Und so ist es für mich auch, also ich werde ganz oft gefragt, ja, aber ist das nicht wahnsinnig anstrengend da? Du schreibst jetzt seit fünf Jahren jedes Jahr ein Buch. Ja. Ja, das Bücher, danach, Bücher, das Buch machen, also Texte, Korrekturen lesen, ist furchtbar anstrengend. Ja, es ist wahnsinnig. Lektoratprozesse, herzlich, also liebe, liebe Grüße an meinen tollen Verlag, Ulrike Helmer Verlag, Sina Hauer, großartige Lektorin. Und Sparings planen, aber das ist dann Arbeit. Aber das Schreiben an sich, mich hingeben, ich habe auch ganz oft das Gefühl, wenn ich ein Buch schreibe, als würde ich einen großen Felsen bearbeiten. Und die Figur, die dann rauskommt am Ende, die ist schon da. Ich muss sie nur freilegen. Das ist mein Eindruck von meinem Schreibprozess. Ja, das ist natürlich wirklich hohe Kunst. Und das erinnert, da muss ich jetzt leider den Michelangelo zitieren. Wahrscheinlich war es nicht Michelangelo, sondern eine andere Bildhauerin, die wir vergessen, verdrängt und unterdrückt haben. Aber von Michelangelo wird ja erzählt, dass er genau diese Art von Kunst immer beschrieben hat. Er schafft nicht aus Marmor eine Skulptur, sondern er nimmt nur das Überflüssige weg, der Skulptur. Und das ist dir in der Kalten Sophie wieder einmal sehr, sehr glücklich gelungen. Also dieser Schreibprozess im Flow, auch da bin ich ein bisschen neidisch, weil bei mir da… Ich wünschte mir so sehr, dass die unterschiedlichen Gedanken, Autorinnen und Philosophien sich bei mir versammeln würden und dass ich das auch viel leichter schreiben könnte. Aber du bist natürlich eine tolle Sachbuchautorin. Also dein Genre ist ja auch ein anderes als meines. Ja, aber die Amerikaner und Amerikanerinnen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben diese Art und Weise des Geschichtenerzählens. Wenn sie etwas, wenn sie eben ein Feld so klug und tief beackert haben, wie du beispielsweise deine Geschichte, deinen Hintergrund zu der Kulturgeschichte der Kalten Sophie, dann schaffen sie es auch, wirklich tolle Geschichten zu erzählen in Sachbüchen. Das ist dann, dass die Sachbücher, die ich liebe, sind auch voller Geschichten, voller unterschiedlichen Akteurinnen und Institutionen, oder? Ich glaube, dass das auch ein Riesenvorteil ist, weil es einfach Leute nochmal anders erreicht. Also eben mein Thema ist ein wirklich grausames Frauenhass. Und ich fächere in meiner Geschichte auch verschiedene Facetten auf, also wo uns Frauenhass überall betrifft oder auch begegnet. Dankeschön. Und zum Beispiel, also unter anderem auch in das Thema Familie, das war ein neues Thema für mich bislang. Genau, da wollte ich drauf. Ach, ja. Ja, da wollte ich drauf. Also du hast eine Mutter-Tochter-Szene im Roman, der hat mich echt umgeworfen. Schön, das ist eine meiner Lieblingsszenen persönlich auch. Ja, das war mir wichtig, also im Sinne von, ich nehme sehr intensiv wahr, dass Mütter immer wieder verantwortlich gemacht werden für alles Mögliche. Also auch ganz auf persönlicher Ebene oder innerhalb von Familien, das manchmal auch durchaus flapsig gesagt hat, naja, gut, also das war halt deine Mutter oder ich bin so, weil meine Mutter, ne? Aber diese Art Vorwurf oder Projektion sehr ungleich in unserer Gesellschaft auf die Mütter geht und kaum auf Väter. Und ich wollte das mal aufgreifen in einer Familienkonstellation in meinem Roman und dieser Frage nachgehen, was passiert eigentlich innerhalb von einer Familie, die so aufgebaut ist, die auch auf der Arbeit, der Care-Arbeit, der emotionalen Arbeit von Müttern basiert, wenn die Mutter das einfach nicht mehr mitmacht. Nicht zu viel erzählen, weil ich fand den Schmerz der Mutter so überwältigend. Also ich habe über Seiten hinweg, als ich eben den Dialog gelesen habe, ehrlich, ich bin fast ausgerostet. Ich habe gedacht, das ist ja unfassbar, obwohl ich das kenne, dass Teenager oder auch jüngere Menschen unglaubliche Vorwürfe ihren Müttern ans Gesicht werfen. Und dann, also so diese totale, totalitäre Undankbarkeit, ausgerechnet für den Elternteil, die 24 Stunden jeden Tag zur Verfügung steht, emotional, materiell und überhaupt. Das, das wollte ich eben ansprechen, war hervorragend, also schockierend, schockierend gut. Und auch da war ich froh, dass du das auflösen konntest. Weil, also es gibt schon sehr, sehr schmerzhafte Passagen in diesem Krimi. Wunderbar. Wie gesagt, ich hätte immer gerne mehr. Also ich hätte, also du hast keine Zeit. Ich finde die, die, die Krimi ist wirklich fantastisch. Ich bin sicher eben, wenn, wenn dich, wenn dir jemand eine Million geben würde pro Jahr, dass du dann die, die, die 600 Seiten, weil du so viel Wissen in, in diese 300 Seiten, oder wie sind es 200, 200 Seiten, ja, 230 Seiten packst, oder so viel Wissen, also. Ich glaube, was du dir wünschen würdest, Regula, sind so Sequels zu einzelnen Personen, ne? Sequels, ja, oder, oder, also du könntest ganz locker eine großartige Biografie, Bibliografie, Bibliografie anhängen, oder, also, weil es sind so viele Anspielungen, eben wie der, der Liebhaber von Elisabeth the First, oder auch. Dafür ist doch die Germanistik dann zuständig. Das muss ich ja als Autorin nicht selber machen, ne? Wir wollen doch die Germanistik, ihre Arbeit nicht. Aber du liest uns doch noch ein Stück, liest uns doch noch ein Stück vor. Gerne. Wenn du einverstanden bist, würde ich eine Szene von ganz zu Beginn nehmen, und zwar die erste Linkegel-Szene. Ein bisschen gekürzt. Ist es die, die mit Camouflage? Die mit Camouflage, wunderbar. Möchtest du eine Rolle spielen, möchtest du eine Rolle lesen? Boah, du bist so toll. Also, es kommen drei Rollen vor, und ich würde jetzt tatsächlich auch mit besten Grüßen an meine Frauenärztin, die einen hinreißenden, großartigen, ungarischen Akzent hat, die Maskenbildnerin Svetlana mit einem ungarischen Akzent lesen, um es ein bisschen unterschiedlicher zu machen für die Hörerin. Und wenn ich mich richtig besinne, warst du auch als Schauspielerin tätig. Du hast sogar als Schauspielerin gelernt, oder habe ich das mal vergessen? Nein, nein. Aber du warst im Theater, also du bist… Ja, und übrigens mit dem Hedwig-Thom-Trio tretet ihr immer wieder auf Theaterbühnen auf. Also, von dem her… Ja, ja, und ich habe natürlich viel gelernt durch die vielen Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen ich immer wieder arbeiten durfte. Ja. Nein, mir macht Lesen sehr viel Spaß und ich finde das toll. Ich höre dir auch enorm gerne zu… Also, wir hören einen Ausschnitt aus Isabelle Rohners neuem Krimi Die kalte Sophie, das zweite Kapitel Camouflage. Was ist das denn? fragte Maskenbildnerin Svetlana und strich Lin Kegel mehrmals mit den Fingern über die Wange. Lin saß in der Maske des WDR-Studios in Köln und versuchte vergebend, sich ein Gähnen zu verkneifen. Der Rest vom Kissenabdruck, antwortete sie und hob entschuldigend die Schultern. War vor einer halben Stunde, als ich aufgestanden bin, noch viel deutlicher. Wie bitte? Es ist 14 Uhr. So was habe ich ja noch nie gehört. Noch nicht einmal bei einem Popstar und ich habe sogar schon Mick Jagger für einen TV-Auftritt geschminkt. Vielleicht war ja sein Kissenabdruck auf seinem faltigen Gesicht einfach nicht zu sehen. Pfüah, lachte die Maskenbildnerin und begann, Lin's rote Haare auf große Lockenwickler zu drehen. So faltenfrei, wie du vielleicht denkst, dass du bist, bist du schon längst nicht mehr. Auch wenn du erst auf die 40 zugehst, deine Haut ist schon da. Und jetzt, Ruhe, ich muss arbeiten, sonst siehst du bei der Aufzeichnung gleich nicht aus, wie alle Leute denken, dass du aussiehst. Touché, dachte Lin und betrachtete die verpennt aussehende, ungeschminkte Frau im Spiegel. Zur schlichten Jeans trug sie ein zerknittertes Shirt. Ihre Haut war blass, unter ihren Augen waren deutliche Schatten zu sehen. Hueres hier, fluchte sie innerlich in ihrem Ostschweizer Dialekt. Aber warum sollte sie sich auch aufbrezeln? Wie immer vor einem TV-Auftritt würden das andere übernehmen. Zumal ein TV-Make-up eher einer Maler arbeit glich als allem, was sie privat schminken nannte. Gleich, wenn die Aufzeichnung für die Talkshow begann, würde sie im Studiolicht aussehen wie einem Hochglanzmagazin entsprungen. Mit perfekt frisierten Haaren, makellosem Teint, straffen Gesichtskonturen und in schicken Klamotten, die ihr Verlag für sie besorgte. Aufgekratzt und gut gelaunt würde sie über ihren neuen Bestseller sprechen. Sie würde eine Lynn-Kegel sein, wie es ihr im wirklichen Leben, fern des Rampenlichts, nicht gab. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, bleiben aber natürlich in derselben Szene. Apropos kam es Lynn in den Sinn. Wo blieb ihr Verleger überhaupt? Normalerweise war es nämlich Joe Hartmann höchstpersönlich, der ihr die Garderobe für ihre Auftritte in die Hand drückte. Wahrscheinlich, um sicher zu gehen, dass sie diese auch wirklich anzog. Seit ihrem Auftritt damals in Wien riefen regelmäßig Designlabels bei ihm an, um Lynn für ihre Auftritte kostenfrei einzukleiden. Hauptsache die Marke wurde genannt oder im Abspann eingeblendet. Just in dem Moment wurde die Tür zur Maske mit einem lauten Knall aufgestoßen und eine Frau mit kurz rasierten Haaren und zahlreichen Piercings stolperte herein. Sie trug einen Berg von Schuhkartons und Klamotten, letztere fein säuberlich auf Bügeln und umhüllt von Plastikfolie wie frisch aus der Reinigung. »Huhu«, rief sie unter dem Stapel hervor, den sie auf einen freien Sessel fallen ließ. »Ich komme vom Verlag und bringe die Sachen für Lynn Kegel. Ist sie schon da?« »Ist sie«, antwortete Lynn. »Sie sieht nur noch nicht so aus wie Lynn Kegel.« »Oh krass«, stieß die junge Frau hervor und spielte an ihren Piercings. »Ich arbeite aber dran«, ergänzte Svetlana trocken und drehte auch noch die letzte Haarsträhne auf einen Winkler. Dann griff sie nach dem Schminkschwämmchen. »Wir haben ja noch Zeit«, antwortete die Klamottenträgerin Kaugummi-Kauend. »Ich bin Freddy, also eigentlich Friederike, aber ich finde Freddy besser. Ich bin neu im Verlag und mache die Veranstaltungen und Social Media.« »Ah, Hartmann fand die TV-Auftritte also nicht mehr so prickelnd«, kommentierte Lynn lakonisch. »Nachdem er letztes Mal Autogramme von Gottschalk, Jauch und Precht abgestaubt hat, hat er ja auch alles erreicht, was er wollte.« »Hahaha«, lachte Svetlana schallend auf. »Das ist wirklich keine Kunst, die drei sind doch überall. Jetzt Augen zu«, sie trug das Make-up dick auf Lins Gesicht auf. Lynn konnte sich noch erinnern, wie verblüfft sie gewesen war, dass diese überzeichnete Gesichtsmalerei im Fernsehen völlig natürlich und sogar richtig attraktiv wirkte. »Eben«, erklärte Lynn und versuchte beim Sprechen möglichst wenige Muskeln zu bewegen, um die Maskenbildnerin nicht bei ihrer Arbeit zu stören. »Wer weiß, wie lange die älteren Herren noch machen. So viele Shows wie die moderieren.« »Wer ist das denn?«, fragte Freddy. »Ich kenne die gar nicht. Analoges Fernsehen ist nicht so meins.« Lynn öffnete erstaunt die Augen. »Beneidenswert.« »Jetzt nach oben schauen«, befahl Svetlana. Und auch die letzten Augenschatten verschwanden unter einer Schicht Make-up. »Was für ein Theaterkostüm hast du mir denn mitgebracht, Freddy?« Die kurzgeschorene verzog fragend das Gesicht. »Theater? Ich dachte, es geht um eine Talkshow.« »Das ist doch trotzdem ein Bühnenauftritt, oder?« »Stimmt.« Freddy griff mit Elan nach einem der Bügel und hielt ein Kleid in Plastikfolie in die Höhe. »Wie wär's mit diesem superheißen Minikleid mit Regenbogenpailletten?« »So was liebt vor allem die schwule Community. Und wir haben ja wieder CSD-Saison. Lange Ärmel, unten hyperkurz, dazu die passenden High Heels. Das sieht rattenhammerscharf aus. »Hör sofort auf, die Stirn zu runzeln, Lynn. Damit reißt du Furchen in die Farbe. Mach die Augen noch mal zu«, rief die Maskenbildnerin und trug blitzschnell einen Lidschatten auf, der bei jeder Gothic-Party für Aufsehen gesorgt hätte. »Gefällt es dir nicht?«, fragte Freddy ungläubig. »Ich lauf nicht gern bergab«, gab Lynn zurück. »Versteh ich nicht.« »Ich kann auf High Heels nicht laufen. Zudem ist das Kleid so kurz, dass bestimmt alle denken, ich hätte die Hose vergessen.« Freddy nickte bedächtig. »Ja, das könnte tatsächlich sein.« »Na, dann habe ich ja noch zwei andere Outfits. Hier mein persönlicher Favorit.« »Gib mir einen Augenblick«, unterbrauch Svetlana. »Ich bin mit dem Liedsturich gleich fertig. Dann kann Lynn wieder gucken.« »Ein weißes Träger-Top mit Erdbeeren drauf. Dazu knallrote Shorts.« »Nicht euer Ernst. Das muss ich gar nicht sehen, um zu wissen, dass wir das dritte Outfit nehmen. Ganz egal, was es ist.« »Jetzt kannst du die Augen wieder raufmachen«, Lynn warf einen Blick auf das Erdbeer-Outfit. »Das Top ist ja so knapp, dass ich Angst haben muss, dass mein Busen rausfällt. Wer denkt sich denn sowas aus?« »Warum?«, rief Freddy verständnislos. »Holger Kent ist voll die Marke, total angesagt. In New York laufen gerade alle da mit rum.« Lynn verdrehte die Augen. »Oh, vielleicht, wenn man 14 ist und zur Pyjama-Party eingeladen wurde. Ich bin fast 40. Ich hasse Tops und ich hasse Shorts. Wäre ich Diktatorin, ich würde Shorts für Volljährige verbieten, bei Männern und Frauen.« Freddy betrachtete mitfühlend die kurze Hose und kaute auf ihrem Kaugummi herum. »Also, ich finde die mega.« »Ich könnte dir die Beine auch noch schminken«, pote Svetlana an und pinselte rusch auf Lins Wangen, als gäbe es kein Morgen. »Ich kriege da bestimmt zehn Jahre und fünf Kilo weg. Kein Problem.« »Danke, aber etwas Hoffnung habe ich noch«, erwiderte Lynn. »Es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit.« »Okay, ich zeig's dir«, seufzte Freddy. »Aber ich sag es direkt, es ist krass.« »Krass? Du zeigst mir ein Pailletten-Ding ohne Hose und Obstsalatunterwäsche und jetzt kommt was Krasses? Du machst mir Angst.« Freddy griff nach dem dritten Bügel und zog die Plastikfolie ab. Zum Vorschein kamen eine knallgrüne, weite Hose, dazu ein schlichtes pinkes Shirt mit halblangen Ärmeln. »Das sieht doch super aus«, rief Lynn. »Und seit der letzten Folge Shopping Queen weiß ich auch, dass man den Stil Colorblocking nennt. Das ist gut, auffällig, aber nicht übertrieben. Sneaker dazu fertig.« Svetlana verglich die Shirtfarbe mit ihrer Palette und malte Lins Lippen zufrieden im selben Pink. Freddy jedoch schüttelte den Kopf und hielt Lynn das ausgebreitete T-Shirt demonstrativ vors Gesicht. Auf dem Shirt stand in goldener Schrift »Woman«. »Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es krass ist.« »Warum?«, fragte Lynn irritiert. »Das stimmt doch. Ich bin eine Frau. Mir gefällt es. Das nehmen wir.« Freddy riss die Augen weit auf. »Du bist echt mutig. Also ich würde mich das nie trauen.« »Grossartig. Also super. Also das ist ehrlich, ich kam mir…« »Du lachst wie Svetlana, das ist schön.« »Ja, ich bin Svetlana.« »Das ist so präzise beschrieben, diese Maskenbildner-Szene vor einem TV-Auftritt. Das habe ich hunderte von Male bis 2019 erlebt. Das ist schon…« »Ja, ich auch.« »Keine Moderatorin mehr über über 55 oder keine Expertin mehr über 55.« »Ich finde, es ist wirklich der Hammer.« »Ja.« »Und ich habe mich krumm gelacht über die Outfits. Auch das ist völlig der Hammer, oder?« Also diese Kommentare ständig von den Maskenbildnern oder eben den Kleidungs-, den Kostüm ausstatten. Das ist wirklich unfassbar. Sehr, sehr toll. »Schön, das freut mich sehr.« »Ja, ja, klar. Und natürlich geht das…« »Nicht verraten, nichts verraten!« »Ein bisschen!« »Eine nette Talkshow, ne?« »Und er erzählt das nachher auch sehr positiv ihrer Freundin Bettina Heidenreich beim Bier.« »Und eben sehr lobend, weil neues Konzept im Öffentlich-Rechtlichen. Und plötzlich gibt es eben auch eine ältere Moderatorin, was es vorher nie gab. Und alles ist so nett und alles ist so unproblematisch. Und trotzdem kriegt Lynn einen riesen Shitstorm in den sozialen Medien. Eben weil sie dieses T-Shirt trägt und weil sich Männer persönlich angegriffen fühlen, weil eben Männer bei Frau, bei Woman nicht mit gemeint sind. Und sie kann es nicht fassen, dass ihr das passiert und dass Leute da so reagieren. Und sagt dann nur so lapidar, was hätten die Leute denn gemacht? Hätte ich ein T-Shirt getragen, auf dem ist Pri gestanden. Wer hätten die dann das Studio in die Luft gejagt?« Also sie ist da völlig fern, dieser Denke. »Das fand ich auch sehr, sehr witzig, das mit dem Esprit. Also darauf musst du zuerst kommen.« Also es ist wirklich grossartig. Ich wünsche mir 200'000 Verkäufe, nämlich auch die Nummer unserer besten Folgen der Die Broadcasting, dringend notwendig. »Kalte Sophie« ist eben nicht nur der Name der fünf Eisheiligen, es ist eben der Titel dieses neuen Krimis von Isabel Rohner, erschienen im Ulrike-Helmer-Verlag. Nach schöner Morden, nach Taugenixen, Gretchensrache, Schwarze Petra geht es in »Kalte Sophie« um Hate Speech. Und zwar um Hate Speech heute und vor 200 Jahren. Und sie haben jetzt ein Zückerchen gekriegt, dieser fantastischen Autorin Isabel Rohner. Und ich schätze mich enorm glücklich, mit ihr Co-Host der Die Broadcasting zu sein. Und ich bin unfassbar beflügelt, so einen tollen Krimi gelesen zu haben. Ich werde ihn immer wieder lesen, weil die Dialoge sind wirklich umwerfend. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch und deine Unterstützung und auch die Bereitschaft, dass wir dieses Gespräch hier gemeinsam machen konnten. Das schätze ich total und sehr und macht mich gerade sehr glücklich. Ja, mich auch. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Und bevor gerade der Stopp-Button gedrückt wird, nochmals, kauft Bücher von Frauen, Frauen zählen, weil wir wissen, dass die Männer sich nur um Männer kümmern. Vielen Dank, Isabel Rohner, für dieses Geschenk. Die »Kalte Sophie«. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.